Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time Hero Challenge Im letzten Part haben wir es geschafft, sämtliche Siegel zu brechen, sodass jetzt nur noch ein einziges übrig bleibt und mit jedem weiteren Siegel kommen wir der Öffnung des Teufelsturms immer näher und damit auch dem Finale des eigentlichen Projekts hier und der Verendung der Challenge und jetzt haben wir auch einen Schlüssel nicht bekommen durch den letzten Raum, wo wir das letzte Siegel auch gelöst haben und jetzt sollten wir hier auch endlich weiterkommen können So, und ich bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen werden So, hier waren wir schon stehen geblieben, jetzt muss ich irgendwie schaffen, das Ding da oben ohne Probleme zu besiegen Jetzt muss ich, jetzt muss ich sehr, sehr geschickt sein, was ein Fremdwort für mich ist So, hallo, bis dann Aua, au, 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 schieb mich nicht weg So, da drüben ist ein Herz, ich hab's genau gesehen, das hol ich mir Meins, wunderbar So Ich muss ihn, glaube ich, nicht besiegen, oder? Ich hab ja eigentlich schon alles eingesagt, ne? So, Moment, von da kam ich und da muss ich hin Moment Amir Fels vorbeirollen lassen Und einmal aufmachen Wunderbar, und wir sind da, nur Huh? Irgendwie ist ein Kern nicht da Ach, Mensch, gucke mal Wer hat denn das gesehen hier? Ich hab's gesehen, hier ist aber sonst nichts weiteres, ne? Ne, da ist nur das hier Und du bist da Geht kaputt, aber es ist keine goldene Skutula, leider Aber gibt es ja Pfeile, das ist nicht schön Komme ich dann vorbei? Nö Okay Moment, was muss ich hier machen, um das Eis zu schmelzen? Das ist jetzt die große Frage Äh Was soll ich tun? Ich kann nicht einfach so vorbeigehen Ich glaube, ich brauche Feuerpfeile, kann das sein? Ich glaube schon Da muss ich jetzt aufpassen, weil das verbraucht viel Magie Ich schieße trotzdem mal Das klang gut Aber war nicht gut Moment, wie komme ich an dem Eis vorbei? Also im normalen Modus gab es da kein Eis Da bin ich mir recht sicher einig Da bin ich mir recht sicher Wie kriege ich jetzt das Eis geschmolzen da drüben? Irgendein Secret noch? Irgendwas, das ich übersehen habe? Nö Ich sehe sonst nichts Ach Mensch, haha Natürlich ist da drin noch so ein komischer Schalter Ich habe es gewusst, Leute Ich wusste es immer So, und da ist der eigentliche Raum Spiele ich hier Magie? Ja Wie gerufen Und noch ein Rubin um drauf Sehr schön Ja, das habe ich nicht mehr gewusst Das war jetzt geraten tatsächlich Dass da irgendwo was gesteckt ist Weil woanders konnte ja nichts sein, wirklich So, und ich würde sagen Brechen wir das letzte Siegel Bitteschön Wunderbar Damit ist auch Rauru gerettet Der letzte Das Lichtsiegel ist gebrochen Schnell jetzt Kann ich mir noch was Irgendwas auf den Weg geben Wie es die anderen 5 gemacht haben Ich finde diesen Blick immer noch so geil von Link Na gut Aber alle Siegel sind jetzt gebrochen Genau das, was wir wollten Hallo So, der ist ja geklärt Und damit ist auch der Teufelsturm betretbar So Wuhu Gott Was geht hier ab? Sehr schön Das wäre eh nicht Sieht sehr einladend aus So bemerkt Ich wette, das Ding geht zu Wenn wir da durchgehen wollen Könnte ich wetten Gut Dann gehen wir da jetzt rein Und stellen uns der eigentlichen Herausforderung, Leute Ich bin gespannt Wie das enden wird Aber ich glaube nicht Dass wir heute schon das Let's Play Irgendwie vorbei Beendet kriegen Vorbeikriegen vor allen Dingen Ich hätte auch nur eine Fee, die man sehen kann Das ist nicht so toll Na gut, ich bin bereit, Leute Wir gehen jetzt hier durch In den Teufelsturm So Ich höre was Böses Wir sind da Oh Hallo, Freunde Ja Das warst du Da kommt der Nächste Ich hab dich gesehen, mein Freund Ich hab dich gesehen Das hat mir auch nicht geholfen Aber es gab ein Herz So, wunderbar Wir sind alle ledig Da gibt es noch mehr von So, meine Freunde Ich erwisch euch beide gleichzeitig Schade Das wäre ein Wunschdecken gewesen Na jetzt aber Ja Ich bin ein Gott So, dann würde ich sagen Gehen wir mal hier hoch Mal gucken, was da noch vor Aller der Gefahr so kommt Gibt es noch irgendein Item hier? Nö Vielleicht gibt es ja Magie von denen Aber ich glaube nicht Geht sonst nichts? Gut Dann gehen wir mal rein Mal gucken, was wir hier finden Oh Die ersten Gegner Aber die sollten hoffentlich Kein Problem sein Oder? Oh Interessant Ich hab mich trotzdem irgendwie Angreifen können Ich bin schnell genug, mein Freund Ich dachte, ich bin schnell genug Ich bin immer noch schnell genug Und Herzis Die sehen mich immer gern So Meins Meins Sehr gut Du bist gleich platt, mein Freund Wunderbar Das wäre erledigt Und damit ist die Tür auch offen Sehr schön Da müssen wir durch Hier sonst nichts mehr? Alles klar Dann rein mit uns Und weiter nach oben Noch irgendwelche Gegner hier zufällig Nö Okay Wir müssen noch weitere Gegner besiegen jetzt Im nächsten Raum Oh shit Ah, jetzt gibt es diese Viecher wieder Wer möchte zuerst? Du möchtest wahrscheinlich zuerst Und dann sitzt schon Nee, der möchte Nee, der möchte Ja, das ist gemein, mein Freund Da kann ich nicht durch Wie auch immer ich den gerade erwischt hab Ha Komm her, mein Freund Komm her Ja, wuh, wuh, wuh Kann ich alles nicht wieder auferstehen Wenn man nicht schnell genug ist Und die anderen besiegt War das nicht so? Ich glaube schon Ich mein, sowas dann gehört zu haben mal Komm her Bin hier Komm nicht so nah ran Du kannst jetzt doch springen, mein Freund So, jetzt muss ich mich beeilen Oder nee Der liste sich tatsächlich auf Sehr gut Spring, mein Freund Oder mach so Könnt's auch langsam machen Das ist viel epischer Oder so Nein Ich hasse es, wenn du mich durch das Schild angreifst Das mag ich nicht Aber wunderbar Und die Truhe ist auch frei Dann würde ich sagen Humen wir uns mal Den letzten Masterschlüssel im Spiel Für den letzten Bosskampf Der uns hier noch erwarten wird Bitteschön Der Masterschlüssel Jetzt können wir uns endlich hier in den Raum betreten Wenn der Endgegner lauert Los geht's, Leute Jetzt noch mal zwei Herzen Das ist aber nicht so wild Wir gehen weiter Uiuiui Die Musik wird übrigens immer lauter Hab ich schon mitbekommen Wer immer da gerade so schön Klavier spielt Spielt sehr, sehr laut Und wartet vielleicht schon in der nächsten Etage auf uns Und da sind zwei Eisenprinzen Oh ja Ich will jetzt mal so schlau sind Und eins aktivieren Jo Tö Hallo Tö Jo, machen wir ruhig weiter so Jo Ich mach so weiter Ist kein Problem Jo Wenn ich immer so nah dran stehe Mach es automatisch so Hallo Dass er immer noch einmal kurz drauf haut Ich kann das auch, mein Freund So Nummer eins So Tö Tö Okay, der kann nur die Attacke machen Kann das sein Hallo 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 Tö Tö So Ah, das find ich besser Da kann ich nämlich zweimal angreifen Das ist mir einiges lieber Oh Außer wenn ich zwischendurch das mache Schön, dass ich ihn dadurch Durchgängig angreifen kann Wenn er in dieser Form ist Das Gefühl lieber Oh Ich mag die Geräusche Die sind auch so gerne mal eingesprochen Irgendwie in einem Zelda-Spiel Das wäre mir am liebsten gewesen Noch irgendein Secret hier Hier gibt es nur Türen, die automatisch verschlossen sind Irgendwie Da kann man nicht weiter Hm, was? Ein Geheimnis, die wohl bergen mögen Man weiß es nicht Wir gehen wohl lieber weiter Ich glaube, wir haben jetzt schon langsam Die letzte Etage erreicht Kann das sein, Leute? Ja Das ist die letzte Etage Denn hier Wartet der große Boss auf uns Und ihr könnt euch mal Dreimal denken Wer es sein wird Rein mit uns Hier gibt es einige Vasen Schön, dass wir alle Alle Herzen schon fertig haben Wir klettern hinauf Wenn ich das soll Das soll ich gar nicht Ha Moment Das macht ja keinen Sinn Ich muss woanders langen Glaub ich, oder? So Ja, aha Hier muss ich hin Hö Es ist schon der Bossraum Aber der ist eben Mit zwei Etagen gefüllt Und ich kann auch noch nicht hochklettern Ich muss es eben so machen Aber hier sind die Treppen auch richtig eingearbeitet Plötzlich Die sind jetzt realistisch Nicht so wie In Gennets Schloss da Also außerhalb des Teufelsturms Oh Ich dachte Ich dachte, da hing eine Spinne Über uns Ich wollte gerade sagen Das hat aber nicht gepasst Muss ich sagen Aber wir sind jetzt endlich da Jetzt sind wir beim letzten Ort angekommen Beim großen Finale Die Gefangene Zelda Über Ganondorf Und das Triforce Mut Weisheit Und die Kraft Die Fragmente des Triforce Ich spüre Ihre Macht scheint sich wieder zu vereinigen Die fehlenden zwei Fragmente Ich warte seit sieben Jahren darauf Ich bin wirklich überrascht Ich hätte nicht erwartet Dass gerade ihr zwei sie tragen würdet Endlich Endlich Die drei Fragmente sind wieder vereint Die Symbole der Macht Sind nichts für euch zwei Ihr seid dafür nicht geschaffen Ich allein bin der rechtwiesige Träger des Triforce Übergebt mir die Fragmente Ich befehle es Oh shit Capco ich kann dir nicht helfen Die Aura des Böses ist zu mächtig Ja schlechte Ausrede mein Freund Tut mir leid Capco Dann müssen wir allein gegen ihn kämpfen Gegen Großmeister des Bösen Gennendorf Ach du Scheiße Hilfe Das war zu viel Damage Dass ich mal aufpassen sollen Wow 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 Jetzt geht es hier richtig los Leute Und Der Kampf möge beginnen So Und wir schleudern mal kurz Die Attacke hier zurück von ihm So gut es eben geht Die Lichtpfeile habe ich schon Vorbereitet Sehr gut So mein Freund Viel Spaß Mit dem Lichtpfeil Ich komme sofort So Bam bam Geh kaputt mein Freund Oh Nicht für nicht für lange leider So Da ist auch Navi wieder Sonst kann ich wieder los gehen So Ja mach ruhig weiter So muss das eigentlich funktionieren Wenn ich die ganze Zeit so schlage Dann müsste ich ihn eigentlich immer treffen Ja es passt Nur Ich weiche immer so ein bisschen weiter nach vorne Das ist natürlich immer ein bisschen blöd Hö So mein Freund Ja Kein Problem Nein Doch ein Problem Das funktioniert nicht immer Scheiße Okay Gott sei Dank habe ich noch eine Fee Ich dachte es wird funktionieren Okay schade Wollte ich mal probieren Jetzt kann das Ganze nochmal beginnen Ja ja Ich bin elektrisiert Ich weiß Ja witzig Ich weiß So Nochmal So mein Freund Aber ich kann das uptime Ich passe das schon drauf auf Leute Oh sehr schön Jetzt hat er komplett aufgegeben Da warst du zu nachlässig mein Freund Hö So Und ich mach dich fertig Oh Der geht ja nicht so lange durch So wieder in die Ecke hier Die wir jetzt gewohnt sind Und es geht wieder weiter Okay Der wird ein bisschen schneller kann er sein Der wird nicht so wichtig Ich schlag einfach nur zurück So wie ich das kann Dafür habe ich mir immer Mein Master Schwert da Dafür ist es gedacht So So mal gucken Wie lange wir das noch durchhalten müssen Das kriegen wir hin Leute Das schaffen wir schon So Jo Mach ruhig weiter Ist kein Problem So Flop Flop Jawoll Und Nächster Pfeil Schön wie es ein Slow-Mo funktioniert Hör So Geh kaputt Geh kaputt Geh kaputt Großer Meister hier Und Das dauert nicht allzu lange immer wieder Aber ich bleib mit dieser Ecke irgendwie Ich mag die gerne Diese Geräusche Tö Tö Das klingt so ein bisschen wie der Eisenprinz Da haben sie nicht so viel Mühe gegeben hier Ah sehr schön Läuft Ich hab keine Magie mehr Willst du mich verarschen Fuck Jetzt ist es so weit gekommen Leute Na Das wollte ich nicht Wieso bin ich jetzt auf Ich wollte runter Oh man Ist das jetzt wirklich ernsthaft passiert Ja Dankeschön Das wollte ich nicht So wir spielen weiter Ich wollte Ihr habt ja gesehen ich hatte keine Magie mehr Deswegen kamen keine Lichtpfeile mehr zustande Oh Ich wollte eigentlich nur nach unten zu diesen Fässern Denn da ist Magie auf jeden Fall da Aber dann Spielt ihr stattdessen lieber hoch Und ich habe immer noch keine Magie leider Oh ist das dämlich Weil mir die Magie ausgeht Dass sie deswegen verliert Das ist dämlich So gib mir Magie Jungs Ich brauche Magie hier Nicht Pfeile Wow Wo kommt die denn hier Ey Wieso kann ich nicht schlagen hier Bitte Dankeschön Mein Herz gibt es leider auch nicht Das finde ich jetzt blöd Das fand ich jetzt echt gemein Ihr seht schon Man braucht nicht Pfeile Anders geht es ja nicht Aber ganz ehrlich Dass ich dann nicht da runter kann Um mir die Magie zu holen Das ist dann ein bisschen dämlich leider Jetzt die Frage Wo kriege ich Magie her Ich brauche wieder welche Okay und wir haben schon alle Gäste besiegt Das heißt die kommen auch nicht mehr wieder Geil Ähm Gebt ihr Magie und Magie zufällig? Hallo Magie? Hallo Ich brauche schon volle Magie Ich bin doch nicht mehr mit voller Magie eingestiegen in den Kampf Hallo Jungs Komm mal her Ich bin hier Komm mal alle her Oder wo seid ihr? Jungs sollt ihr herkommen Hallo Oh Das war nicht gut Ihr seid mal herkommen hier Ich bin hier Hallo Ah Direkt vor mir Ah jetzt kommen die anderen beiden So Der hält es nicht für nötig Ich kriege nur Pfeile von denen Das finde ich blöd Wo bist du da? Hallo Ach der sieht mich gar nicht Ich dachte der fliegt mir entgegen Den so zu treffen ist etwas unwahrscheinlich Ah Außer der kommt mir entgegen Dann geht es natürlich Aber die geben mir alle keine Magie Leute Ich muss doch aus dem Teufelsturm raus Geht nicht anders Schade Schade Oder hat mir doch irgendein Alte Was mir da helfen kann Ich fürchte nicht Ne Ich habe da nichts mehr Schade Ich glaube wir waren kurz davor Gäste zu besiegen Geil So muss das laufen Leute Wo kriege ich jetzt Magie her Ich suche gerade mal Gab es nicht von euch Magie? So erst mal mache ich Ding hier fertig Ich habe noch einen Trick erhalten von euch Wie wir diese Lava Club am besten besiegen können Ich glaube mit einem Hammer ging es Können wir uns nicht ein paar Bomben sparen Oh Oh Nicht fixiert mein Freund Das war der falsche Gegner Navi Und hier gibt es immer noch Herzen dazu Das mit dem Hammer Wollen wir die jetzt mal ausprobieren hier Vielleicht wäre es auch sinnvoll Jetzt nochmal Die Chance zu nutzen Um wirklich eventuell BAM So Ah dann mache ich Dann kann ich fertig machen Oder wie Ja tatsächlich Und er gibt Magie Das finde ich gut Das nehme ich gerne an Gibt es noch weitere Lava Cluben zufällig hier Du bist kein Lava Cluben Aber hier taumen die da wieder auf Ja Gut dann hole ich mir jetzt so rüber Magie Mache ich das so rüber Guck mal der ist auf mich abgesehen Tja mein Freund Achso Ah Jetzt habe ich den Sinn des Hammeres verstanden Ich kann ihn umdrehen Dann von unten angreifen So macht es natürlich Sinn So hole ich mir jetzt erstmal wieder ein bisschen Magie zurück Leute So kann das funktionieren Dann gehe ich nochmal raus und rein Ist doch kein Problem Hallo Fledermoisis Dass ich da rankam gerade Okay Dead range Leute Was willst du Nabi Lava steim griff da ran Das ist schön Das interessiert mich kein bisschen Oh So jetzt habe ich ihn umgedreht Wunderbar Und bin ich wieder voll Nicht ganz Dann mache ich es eben nochmal Egal Was solls Hallo Und tschüss Oh Immer schmeiße ich mich in den Türrahmen Irgendwann komme ich noch ran Hallo Ey Wieso habe ich dich gerade nicht erwischt Was ist das denn schon wieder für ein Bitchmove So Bereichen echt nur drei Schläge Na wunderbar Ich bin wieder voll Immerhin Hat sich gelohnt Leute Eben über diesen komplizierten Weg Aber was solls Na gut Aber wir sind bereit Ich habe mir noch überlegt Ob ich echt noch weitere Feen holen soll Es gibt noch zwei weitere Flaschen Den man sich nehmen kann Aber ich sollte vielleicht mal meine Feen wieder auffüllen Stimmt Und das sollte ich vielleicht mal tun Das wäre sinnvoll Bevor ich wieder reingehe Wo war der Eisraum Da unten Dann gehe ich jetzt da hin Und fülle mal ganz kurz meine Flasche wieder auf Dann soll ich diesmal eigentlich bei Gennen Keine weitere Feen mehr verbrauchen eigentlich Weil ich jetzt weiß wie das funktioniert Und vor allen Dingen Habe ich jetzt eigentlich auch genügend Magie Damit hier nicht schon wieder So ein Mist passiert Dann spare ich mir wieder ein bisschen was Hallo mein Freund Ich seh dich Oh Habe ich ein bisschen früh Deaktiviert hier Ich seh dich auch da hinten Komme ich da ran eigentlich Durch das Wasser durch Das interessiert mich jetzt mal Hä Du warst doch eben noch da Da war doch eben noch ein Gegner oder nicht Ich hatte dich doch gesehen I have to see you Hallo Da bist du So Wo wollt ihr jetzt hin Jungs Ach die paaren sich da drüben jetzt Oder was Ne ich bin nicht so blöd Und schmeiß mich jetzt ins Eis rein Jungs So blöd bin ich nicht So taucht der jetzt auf oder was Hallo Ah Guck mal Geht doch So und da ist der andere Der möchte wieder da hinten hin Was machst du da drüben Au Ach mich angreifen Aua Toll jetzt ist er wieder weg Au Ach geil So läuft das Leute Das wollte ich jetzt eigentlich nicht Da hol ich mir gleich jetzt mal das Herz hier Geh mir nicht auf den Sack So Moment Ich hab ja noch ein Feuer Nutze das mal ganz kurz aus Und hol mir mal eben noch ein Herzlein Sehr ganz liebevoll ausgedrückt So plopp So Da war Die Fee war hier nicht ne Die war da drüben glaube ich Wie auch immer die aufgetaucht ist Ich kann es auch nicht sagen Moment Ich hol mir mal ganz kurz erstmal ein Feuerchen Plopp So aber die Frage ist wo kam jetzt die Fee her Irgendwo kam die doch her Ich weiß nämlich nicht gerade woher Au Oh das war knapp mein Freund Au genau auf mich rauf So wo kam die Fee her Kann ich die irgendwann aktivieren Wenn ich die auch genug angegriffen hab Und ich weiß nämlich nicht wo die her kamen Ich kann es am besten Willen nicht sagen Wo kommen die her Ist nicht mehr da Egal Ich glaube ich werde nochmal Osku nach Feen suchen Wird glaube ich auch am sinnvollsten sein Damit wir vorbereitet sind gegen Gannem Und dann bin ich auch wieder dann Oben auf der Spitze wieder drauf Das macht glaube ich am meisten Sinn Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Im nächsten Part Und dann versuchen wir Gannendorf endlich zu besiegen Bis zum nächsten Part also Bis dann und auf Wiedersehen